Wir haben ein Überalterungsproblem jetzt schon und das wird zunehmen. Das heißt, dieses Problem, das wir heute haben, wird in Zukunft enorm zunehmen. Wir werden viel mehr alte und hochaltrige Personen haben, die einsam leben und wir werden intensivere Hitzeperioden erleben. Das heißt, wir können jetzt nicht nur sagen, naja, das verschieben wir noch, war noch immer hin. Jetzt muss man viel machen, weil eben die Detailplanung und Detailüberlegungen, auch was jetzt Stadtplanung, Architektur anlangt, das ist ja alles in den nächsten Jahren zu erwarten, dass sich da etwas tut und dass man etwas umsetzen kann. Und bei diesen soziologischen, sozialen und psychologischen Problemen, da ist es eigentlich eh schon zu spät, wenn wir jetzt anfangen.